so hallo und herzlich willkommen zu einer minecraft session von johannesbrotbaum hier mit flo und miguel am start ja wo ist er spielst du verspecken mit mir wir spielen heute minecraft wie ihr sieht ganz schwer ganz schwer anzunehmen und jetzt starten wir einfach mal und laufen hier rum und miguel sammeln schon holz ich habe auch schon kakaobohnen ich habe auch mal einfach so unverschämterweise holz einfach so ja was brauchen wir überhaupt holz ne also ich mein ja es ist ja holz doch das unnötigste item das es in minecraft überhaupt gibt finde ich was meinst du schon geeignet ich habe noch nie holz gebraucht okay das scheiß guck mal komm mal zu mir ja wo bist du denn überhaupt hier ja ich sehe dich aber nicht jetzt richtig was ist da hier können wir unser haus bauen stimmt schöner platz aber obwohl nee doch das ist ganz gut ich habe schon ein bisschen holz und hast du tropenholz hattest du tropenholz gut dann gebe ich dir mal meins und du fängst einfach schon mal an und du hast kakao schon hast du gesagt dann gib mir mal hier so ein bisschen kakao hier hinter dir genau dann alles am besten mein glaub du geiziger schlawiner ein schlawiner guck mal ein kreuz aus sand vielleicht ist da irgendwie wer vergraben so ein creeper oder so vielleicht ist da ein dungeon drunter hey das merken wir uns okay mein spaß ja ich sammle hier mal den sand um das loch da aufzufüllen ich sammle hier den sand um das loch aufzufüllen ja ja gott gut was soll das für eine art haus werden mit holz als wand und so oder du hast schon mal werkzeuge hier alter mit mit holz oder mit stein also ich bin eigentlich für stein weil das creeper besser aushält und so dann aber diese stein ziegel die sind schön aus das wird halt ein bisschen dauern dass wir clean stone so machen clean stone und dann stein ziegel die sind am schönsten ja dann machen wir jetzt aber erst das holz damit wir schon mal so ein bisschen basisschutz haben oder dann mach eine kleine hütte einfach ja so eine vier mal vier oder reicht das ja reicht mit zwei betten oh dann ist wieder das problem hier scharfe Apfel Achievement get Apfel found nein nicht wirklich aber ich gebe mir oft sehr gerne selber Achievements ja Achievement der nächste Anbau Achievement get you are hobbylos ok Schluss mit den Bitsnets mit Minecraft gespielt Schluss mit den Flachwüpfen ok hier ist ich fang ne Mine an weil ichs kann ich fang ne Mine an weil ichs kann ja und ich weiß nicht wo ich weiß nicht wo aha in deinem Po ok ähm ich sag doch grad lass den Scherz den Scherz den Scherz die Scherze die Scherze die Scherze die Scherze ist klar ähm jo übrigens ich seh deinen Namen also ich jetzt weiß ich wo die Mine ist dein Pech hä ne eher dein Pech weil du sagst doch du willst nicht dass ichs weiß oder irgend so ok ich lass es äh lass es lieber ähm gut ich hasse diese Bodenbäume da wo nur ein Holz immer drin ist ich hasse es ich mag sie weil du sie hast Arschloch ähm ich mein natürlich sehr netter Freund von mir ähm ähm das meint er nicht so tue ich schon jajaj hast du schon eine Spitzhackst ja cool cheater nein sind sie Schnellspieler ha 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 genau ich hab ne Diamantspitzhacke jetzt schon ja genau hast du schon Diamanten auf der Höhe 200 irgendwas gefunden ok ja ist klar oh jetzt hat's was einen Moment ok nichts passiert ja ok so ne ne also also ne so hä ich seh grad wenig in der Mine du siehst grad wenig soll ich das Licht ausmachen einen Moment ne brauchst du nicht brauchst du nicht so so geht's besser so ach ja hier zocker Style so kein Licht an Vorhänge sind bei uns zu ok es ist eh dunkel draußen wir haben 18.23 gell ja also ich weiß nicht ob du das auch hast also ich hab 18.23 ich auch cool total toll ne soll ich dir mal ein Friedensangebot machen ein Friedensangebot haben wir schon jemals gebettelt komm mal zur Werkbank wir haben ne Werkbank ja da wo unser Haus hin soll aha schön zu wissen alter wo bist du ich bin im im Holzbuddelloch mhm ne wieso was ist denn so Werkbank ist ausgeleuchtet ja gut wieso komm ich ach das hin komm ich nicht auf Hilfe so bist du mir nicht sicher dass du die Tonspur aufnimmst schau mal lieber nach nicht dass dann hier die Tonspur fehlt gut gut na dann also ich hole mir grad so mal so ein bisschen Samen hier so der Flo hier ist ein wenig verplant kann man sagen ja wir haben schon hier ungefähr dreimal versucht aufzunehmen und ne Viertelstunde versucht das alles hinzukriegen ja weil irgendwas hat mit dem Ton nicht funktioniert und jetzt letztendlich haben wir dann mit einer coolen Welt gestartet also ich find's also ich find's cool und du nein mein Spaß ja ich find's auch ganz schön vor allem weil halt ich mag solche Tropen ähm wälder end cool wenn man da einfach die Basis schon hat also Holz ja genau hast du noch Holz für mich ja ich hab 16 ja dann gib mal her ja wo bist du denn hier in der Mitte wo unser Haus hin soll Moment ich hab gleich ich hab auch schon zu arbeiten ich habe gleich da ne hast du auch gleich da ja und es wird dunkel also beeil dich oh mein Gott haben wir die Monster an ja haben wir glaube ich und ich habe auch noch 3 Hungerdings hab vier aha jetzt habe ich fünf Hallo Hallo guck um einen gib mir sonst ja Moment ich leg's dir in die Küste in welche Küste das war ein nicht ernst gemeintes irgendwas ich gleich noch in meine und da ist noch ein bisschen du hast es heute wieder aufgenommen ich weiß hast du eine kiste gemacht aber ich man bin ich voll ja haben perfekt gemacht muss ich schon so sagen weil dann haben wir jetzt genau eine doppelkiste können wir genau hier reinmachen es liegt vor der europa wand das coole ist ab dem neuen von dem neuen update jetzt ist 1.4.2 genau da gibt es jetzt holzbuttons die finde ich entgeil und schon erste creeper oder sowas gefunden hier die monstle sind an nix ist da echt jetzt oder deine render distance ist zu niedrig gestellt ähm nein ach da hinten ist schelettoos schelettoos hast du ein paar fackeln da äh ja wenn du in die mine kommst schon nee ich bin eher so der nicht nachts rumlaufer also der nachts nicht rumlaufer so ja warte kurz ich baue noch die kohle fertig ab und dann komm ich hab schon ein halbes level ach kohle hast du gefunden schon ach du scheiße und schon wieder level und ich noch nichts gar nicht doch warte mal habe ich schon ein level schauen wir mal bei mir ich weiß es nämlich nicht ist das ein level nein das ist die anzeige wenn ein halbes level ist schade gut blumen wie geht eigentlich dieser topf der geht aus lehm gell 3 lehm also so in ofen dann hast du so ziegel und alter ist es dunkel bei dir ja es ist auch nacht ich finde das voll cool da sind wir mal zwei dann mache ich auf jede seite ich mache auf jede seite eine fackel gib mir mal bitte zwei soll ich dir was cooles sagen was ich gut finde seit dem update dass man dass man dass man jetzt slimes auch in sumpfregionen findet zombie hast du ein schwert für mich um siehst du aus jetzt ist halt eh dispawned ich bin hier voll der stalker ich mach mal die kiste auf ich will sehen ob ich da rein falle mal wie die kiste von die wand beginnt gewinnt ich wollte uns ganz schwer alter du machst schon wieder glas einfach unnötig dann gib mir den stein dann kannst du aufhören glas zu machen 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 dann kannst du aufhören glas zu machen